erfolgt sendung vorbereiten sie kamen die geht doch nicht los war eins oder so ich muss hier noch ein kürzel overlay im spiel zeigen verwerben was zu hell es ist ein ziemlich eigen sogar wie lange wird es noch hier vorbereiten verbindet da bist du bist du kannst du cool ein bisschen axis stühle erfährst du dafür ist 20 20 jahre ich wurde an den stream service ich habe schon gedacht nicht klappt Ja, gleich mal mit was anderem versuchen zu streamen. Das ist schön. Das ist schön. Was ist das eigentlich für eine geile Map? Gefällt mir. Sonst würde ich gerne noch was auf der PS4 ein bisschen. Könnte ich jetzt mal runterladen, dass Cosplay war zwischen PS4 und PC. Ja, ist Cosplay. Ja. Oh, ich wollte nicht hier rein geraten. Da bin ich mal weg. Ich bin gut. 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 Also ich hab zwei kleine Trickshots bei dir jemen. Es war auch auch ganz kurz. Sy Unternehmen Bis zum Frühstück ich auch streamen. Nö. so hier juli was er jetzt so Ich weiß nicht, was ich kann. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Find ich auf den Weg zu lösen. Kann sie auf den Weg Comdu Oi otheries aussehen. Die Auf die Hälfte ist jubilen. aufnehmen ja wie die wörselung wie war das wie kann man noch was sie ich habe noch mal 720p nein ich kann es auch einfach hier kurz wie sie habe ich gerade so wie es im world of tanks das schalte schatzkleber noch mal neu wirklich ich auch von 720p also ich google was sind die 120p was sind sie monik gering der ja 1280x120 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 gibt's hier war nicht 1280x120 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 1030x15 1280x1 1240x800g 1280x120 1280x4 1280x120 1380x120 1280x120 1280x120 1280x14 1280x800g 5. 5. 6. 7. 8. 11. 11. 12. 13. 12. 13. 14. 14. Bittescher Treffer! Was für ein Stream-Key? Ja, was, 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 ist ein Stream-Key? Warte mal. Hier ist ein Stream-Key. Was ist das? Gätschel Treffer! Ja, das ist alles. Das kostet je. Das kostet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich versuch's mal einfach aufzunehmen, weißt du das? Warum? Okay So you shoot money Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Kannst du das auswählen? Hm? Und für den Denkanal gar nicht noch? Den Tanki-Tankster. Song geschrieben? Hm, gefunden. Äh, die Frontlagen konnten. Song geschrieben? Der liegt vorwieON auf, ich bekomme das nichts. Deswegen kann man nicht Aber Immer los, ne? Sein Sound ist teilweise richtig abgehackt Im Stream meine ich Ich hab ein bisschen Jagdpann Ey, das ist doch mal Die hab ich grad Fetchern gemacht Oh Conjoint All right Der Mensch Hallo Borsch ist dein Panzer schnell Diese Tauchte auch bei dem Stream da unten so ein komischer Frauenkopf auf Oder auch auf der Karte eins und beiden Was ist ein Safe-Shot? Achso Warum wird so ein komischer Frauenkopf angezeigt? Das war's für uns Los hier Jo So Weiß ich nicht Ich auch Ich baue noch ein Dann kann ich mir ein neues Panzer abschauen Vielen Dank. Ach, du fährst du die gleiche Art wie sonst immer. Jetzt doch. Hä, ich bin nicht Schauer. Hallo meine Lieben. Ich tue mir leid, dass ihr jetzt, ja, das bin ich jetzt. Ich tue mir leid, dass ihr das ertragen müsst und ich nicht streamen. Los geht's! Ich tue das. Ich tue gut. Mein Panzer, mein Panzer braucht fünf Sekunden zum Nachladen, Alter. 5,7. Hm, mein Mann. Vielen Dank. Das ist klar. Hast du gerade ein Panzer verstört mit deiner Art? Ich habe gerade aufgedeckt, wenn ich mir ein Panzer kaputt machen würde. Den Sammel, den Sammel, den Sammel, ich stehe. Oh, ich bin abgeschaut. Ja, ich klebe da gerade richtig viele Panzer auf. Ja, will ich sowas von kriegen. Oh, ich bin weg. Ich habe mich nur einmal angehört und dann nicht mal schlafen. Nur 60 Stämme oder so. Jetzt wäre es nur 12 Prozent. Ich hätte den Eilen. Ja, okay. Der erinnert ein Panzerwurz. Ah, jetzt ist er kaputt. Den Karnor hier. Karnor 1. Kannst du mal Karnor 1 töten? Jetzt ist er nicht mehr auf der Karte. Der fährt einen STRV-M20. Komm, die sind nicht hoch. Ich bin auf der Karte. Also, ich bin auf der Karte. Ich bin auf der Karte. daraufhin klärt der arti ja ich fasse der hin die hat auch mal kommt nichts gegen mich machen was er ist noch ein panzer wieso stehen hier so viele panzer in der uns bauen da stehen voll viele panzer am spaw und viele gegnerische na ja ich bin auch ausgängig tot die bestimmte gerade die schweiß arti kann ich jetzt eigentlich mal ich nehme es auch mal wieder die sexton haben wir los warum wenn wir oh gott da kann ich irgendwie nichts ausrichten wir haben 3er-panzer, ja, aber... nn, nn, Platz nicht, bist du ich muss gleich mal kurz mein Wort auf Tanks und starten ich hab zur Zeit ziemlich krasse FPS gestanden jetzt gehen sie wieder ein bisschen hoch ich mach das gar nicht oh, der Hack ist ein kleiner Spot für mich siehst du, wie es ja hoch geht auf den Berg ach ja, sag's mir schon letztens 8 GB oh, komm ich hier hoch oh Gott, komm ich hier hoch? warum war ein ganzes Standard-Panzer auch hoch? nn, 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 nn jetzt ist der kleine Berg hier für mich ein Problem, warum denn auch nicht? komm schon ja das schaffst du fahr ich kann nicht an diesen Berg ich kann nicht an diesen Berg oh 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 wir brauchen Hilfe Oh, oh, oh. ich bin hier ich bin bei dir ich bin bei dir ich kann ich sehe mich nicht ich stelle den sie mich tot du bist gar nicht so zerstört aber es macht auch schnell desto mehr panzer zu stören jetzt und links links und euch jetzt aber das ist jetzt verloren jetzt bin ich schon definitiv nein kann ich mich mal kurz eine höhere priorität geben jetzt kann ich kurz eine höhere priorität geben die son hoch hoch ja es ist also hoch ja ja kommentierte 30 fb ist das ist viel besser vor allem auf der map hier und so ganz schön große und sogar 45 das hat ganz schön viel gebracht und wieso bin ich gerade so schnell mit einem jagdpanzer 70 km h was geht hier ab doch ich bin grad sie gefahren ich hätte 60 jetzt gerade zwei leute aufgedeckt hochhilfe sofort doch bitte ich bin so zingert da wirst du ja Das ist auch ein Jagdpanzer, den ich spiele, ne? Der ist zu geil. Ich kann dich nur hinten treffen. Ach, der fett Schaden noch. Was? Für jeden Panzer. Das ist cool, zu wissen. Ich? Ich frage mich, was für ein, was hat der fett, dieser Bruno B? Bruno B. Also, ja, geht da. Der sieht fett aus. Der ist recht groß. Der hat ja auch ein Heavy. Hm, warum vertraue ich dir nicht? Wie lange? Warum schaut man sich eigentlich immer am echten Leben so richtig fetten Panzer her, der halt vorne und hinten eine Person unter hat? Wir sind aufs Geschütz geroffen. Oder vielleicht noch. Oder vielleicht noch an der Seite. Ja und dann ist es ein Schiff. Der Lamborghini-Motor. Der Lamborghini-Motor. Der ist auch egal. Die soll damit fahren. Wo the시는 einen Schiff… Du fett kannst. Dann geht nur den Amsterdam am Universal-Matt- eachetern. Der Wein geht ins Gewässer-Matt. Ich bin ganz schön langsam im Herzen. Ich sehe hier keine richtigen Sonnstrahlen. Doch ich seh schon und auch so komische Schatten, aber die Schatten sind viereckig. Sonnstrahlen sieht hier nicht richtig sonnig aus. Ja. Sieht zwar aus? Lass mir bewegungs- und schärfe an oder ausäubig. Ich finde sie cool, aber ich kann sie nicht anmachen mit Standard. Das war's für uns. Raus hier! Oh. Kann sollen. Sollen. Oh, warte mal, ich glaube, kann ich schon den nächsten Panzer holen? Der hat 3600. Ich kann mich bald den nächsten Panzer holen. Ich fühle nur noch 1000. Ne, sogar nur 600. Wie fühle nur noch 600? Das. Mhm. Ja. 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 hat echt viel gebracht kaum sage ich das geht die fps auf 20 fps runter gg digga fragt mir nicht warum es war gerade 50 ja ich jetzt auch eine aufklärungskanzler das ist das kasse gleich zu spielen du bist so nicht schnell sein musste aber auch sein oder ist der korn wird gut was wird ihn lkw 103 lkv er ist auch kaputt er jeder panze den ich hier finde ist kaputt da ist ein lager und vk 30 punkt irgendwas sehr gut ich war gerade dabei genau auf die zu zu fahren und zwar schießt auf mich wir sind auch in der runde hier soll irgendwo der lagerung was für mitte war tilda alter die gewährte und schießt auf mich ich hab's überlebt also ich brauch sofort die helfe hier lager und der vk haben mich ins visier halt echt genau die panze auf und den dauert es nicht die sind doch gut wie du rammst dich da bin ich kaputt 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 hier unser helfe kann noch mal unser helfe kann noch mal vor da ist nochmal ein lkv oder ist der vk guck mal ich bin weg viel spaß der hat mich sofort wieder ins visier der war schon schütz block ihn block ihn block ihn der will mich eigentlich aber du blockst gerade alle seine schüsse ne hoher jetzt hat er drei schuss wenn auch mich für die erfahrung ja nur 6 prozent gewonnen dich kaputt ich nein nur noch 0,61 reicht das war ne geile runde ne aber ich fahr auf die russpanzer Error 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 dann war ich bei einem Musiker bei nur Level 5er Panzer 5 6 7 aber VI ist 6 und IV ist 4 ne so war das meine Kopfhaut juckt die ganze Zeit meine Kopfhaut juckt die ganze Zeit voll voll fette Blöse schieß in die vollen Smollower-Locken hehehe oh du hast mich schaden gemacht hehehehe 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 sie kann jeden Moment reißen oh schießt aber auf mich mein Benzintank wurde getroffen also du fährst jetzt nicht weiter würde ich mal ganz kurz sagen schaden durch Aufklärung schaden durch Aufklärung Kommst du mir gerade vor? Du hast mal ne Kette getroffen, ne? Oh nein, 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 nicht dagegen, nicht dagegen! Hallo, du hast mal vor! Hinten, dahinter sind da unter das nächste Prozent da! Den gönne ich mir. Das ist ein PZ! PZ, SFL! Oh, da hinten ist ein Busch, da ist ein ST-Emil! Der schreibt doch durch! Der hat nur noch sieben Prozent! Du bist wieder blau! Du bist wieder blau! Du bist wieder blau! Du bist wieder blau! Nö! Nö! Das ist ein Premiumfahrzeug! jetzt aber nicht so was für ein fahrzeug ist das jäger jäger oder normaler das ist ein kleid die kleinen packen verlaubt die sind voll kacke finde ich hat nichts aus die halt nichts aus sie machen keinen schaden sie leichten panzer wozu gibt es die und was ist die für eine map für mich war sie wirklich schieße wieder einfach erst mal nichts was ist jetzt los bitte Hey! Was? Ich hab das auch! Ich bin rein, krasse mich übernommen! Ich bin Arterie! Sie werden mich für dich kappt! Ich bin Arterie! Nein! Mann! Ich bin Arterie! Ich bin Arterie! Ich bin Arterie! Nein! Nein! Ich bin Arterie! 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 Ja, aber... Irgendwie sind wir immer nur... Wir sind kein Gegner, deswegen sind wir auch nicht verliebt. Wir können keinen Vergewünsselten. Und schneller! Die beste Leopardo ist schneller als ich. Nein! Aber nur ein kleines Stückchen schneller. Ein bisschen schneller. Ich komme dafür schneller wieder auf Speed. Ich habe hier oft... Viel Spaß mit denen! Was? 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 Was ist hinter dir? Ich habe hier mit... Auf mich feuert ein Atem! Was ist denn für ein Putscher? Oh! Oh, der ist fast kaputt! Der hat über 3%! Ich habe ihn fast zu stören! Was? 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 Ja! 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 Was? Ja! Das sieht voll geil aus! Das sieht voll geil aus! Siehst du denn? Guck mal rechts! Guck mal rechts! Guck mal rechts mit dir! Guck mal rein! Fass! Was? 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 Wie lang? Also geht ihr auf 5? 5 5 5 5 5 5 Genau Weißt du mich noch? Jetzt können wir die Arti Ohohohoho Die Arti hat mich zerstört! Ich auch Aber ich glaube ich kann mir jetzt sogar die Panzer holen und das ist immer noch ungefährlich Oh neeeeeeeeeeein Seeeeeeein 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 Seeeeein Ich hab morgen echt keinen Nein Ich hab morgen echt keinen Bock auf Fuch Seek ich immer noch? Ja ne? Ja Seek ich immer noch? Ja ne? in die Kontrolle jetzt ist gut ja ja weiss nicht wie viel bock ich hab und 3 Stunden 3 Stunden Nö, ich tun nä, über PC Nein, das ist PC Pro, der Kaffee nur nicht schon die Leute die die Gäste haben haben schon gesagt wer eine PS4 schon hat, braucht sich die gar nicht bessere Leistung, ein bisschen bessere Grafik ich glaub die benutzen den Overclock der NVIDIA kann sein dass die ne neunhe 70er benutzen deswegen was blockt die hier? man kann die nicht schießen? der kleine das ist Gott dein Ernst? ja, der schießt die für dich auch nicht ich bin zu ich bin zu das sieht so bescheuert aus deiner ne ha, warum fällt es aber runter doch das schaffst du da hinsicht da hinsicht da hinsicht da hinsicht sch da hinsicht da hinsicht das schaffst du das schaffst du es ist ein der V-M42 Dankeschön. Oh, guck mal. Tü-dü.